Wenn ihr selber Fortnite spielt und mich unterstützen wollt, würde ich mich selbstverständlich freuen, wenn ihr in Fortnite im Item Shop den Creator Code Sellyville3108 eingeben würdet. Ich bedanke mich schon mal im Voraus und nun wünsche ich euch viel Spaß beim nachfolgenden Video. Jo, es gibt meine Stabilisten, willkommen zurück zu Fortnite und heute zeige ich euch, wo ihr Fortbyte Nr. 33 finden könnt. Dort heißt es ja, zu finden irgendwo auf Ladebildschirm Nr. 10. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz simpel. Um dieses Fortbyte zu finden, müsst ihr ganz einfach nur nach Lonely Lodge fliegen oder gehen. Also ihr müsst auf jeden Fall nach Lonely Lodge. Wenn ihr dann dort seid, seht ihr ja das große Harpthaus und da daneben das kleine Häuschen oder die kleine Hütte, wo das Lagerfeuer davor steht. Dort müsst ihr einfach nur rein und ihr werdet das Fortbyte auch dort relativ schnell finden. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein kleines bisschen weiterhelfen. Wenn ja, zeige es mir doch gerne mit einem Däumchen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, dann natürlich auch mit einem Abo und wenn ihr richtig krass drauf seid, dann zeigt es mir, indem ihr die Glocke aktiviert. Also macht's gut, haut rein und ciao, ciao.